So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein, der New Order. Weiter geht's, wir sind jetzt hier im Asylum. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Das war kein Grund, wöselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weiter machen. Hör! 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 Der opfer vorgekommen! Dertopfer- Alter. Jetzt ist er angepisst. Manja, woher sie dich nehmen? Das alles. Puh, harter Tobak ey, dann fängt krass an auf jeden Fall der Park, Alter, Alter, haben alle ausgeschaltet hier, ey. Der hat mir mit Blut, fühl mich zuhause. Er hat alle verloren aber nie. Wacht. Warte, warte, warte. Oh, was ist das Drohne? Schnellfeuer Handwerker. Ja, schon. Da ist noch einer. Ja. 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 Ja, ich mag das halt. Vor allem jetzt hier bei dem Spiel auch. Es war so ein krasser Studer so. Weil auch, sag ich mal, der größte Fokus auf Gameplay liegt so. Aber dann trotzdem noch eine coole Story und coole Charaktere so drin. Das finde ich nice. Das sollte eigentlich eng. Nee, aber das wäre echt furchtbar, Mann. Wie gesagt, ich finde halt, das Problem ist jetzt ein gutes Beispiel für Dishonor zum Beispiel. Das hat sich ja... Also, der 1 war halt schon so... Ja, so ein Geheimtipp, sag ich mal. Und der 2 hat sich jetzt auch fast gar nicht verkauft. Also, gar vergessen. Also, die überhaupt noch so ein Addon rausbringen. Das ist bewundernswert. Wahrscheinlich, weil sie halt schon die Engine, die hauseigene Engine haben und dann irgendwie... ist relativ günstig, sag ich mal, produzieren können und so. Ist dann doch vielleicht doch noch rentiert, aber prinzipiell... ist ein bisschen schade, ey. Ich bin halt auch qualitativ eigentlich immer ziemlich gut, wenn... Im Haus sieht halt... Oh ja... Im Haus halt wieder so ein Ding wie Dinghaus. Wie... Wahrscheinlich hat sich das mehr rentiert als alles andere. Aufschluss paar Leute, wo dann... Geld liegen lassen... Im... Im... Im Game... Shop, whatever so, wech? So eine Flash Prags... Flash Prags... Flash Prags... Ich habe ihn verloren. Ne, ne. Es gab viel EHAs zum Frühstück. Haha... Jeder Morgen mit Teschospritze. In den Abend. Schrotflinde Ein Schrot Ich mag Was ist denn da? We Germans love Schrotflinde Sieht ein bisschen aus wie die Die aus Doom, ne? Ja, die Er ist Psycho Ne, das ist der Modus Aber irgendwie so, oder? Der ist irgendwie so Krassisch Rotflinde heißt sie Die megakrassisch Rotflinde Das ist ein Megashotgun Ja, irgendwie so Megashotgun kann sein Oh, der hat mich schon gesehen, oder was? Yeah I like Also Panik für den Schiff Weggefahren Lade alle Risky aber Oh, reingerollt Ich lebe doch noch weg hier Trotteln ist alles feines Hehehe Das jetzt Oh, schöner Fuß weg Bein weg Schöns Gesicht weg Gerade gehört Wo Jawohl Jawohl Das waren beide, oder? Ja, der eine ist nicht ganz erwähnt Ja, der eine ist nicht ganz erwähnt Jetzt kannst du mal ankommen, wo du hin wolltest, Alex, oder? Hehehe Ich mach halt auch, also Hat also, oh, Wolfenstein steuert sich halt auch mega geil Und Doom ja auch, also Das ist einfach göttlich Ja, das ist einfach so Schnell und flüssig das alles Ja, das ist einfach so Ja, das ist einfach so Schnell und flüssig das alles Ja, ja Doom ist echt so ein, also so ein Paradebeispiel wie man Oldschool-Shooter Portiert in die heutige Zeit Macht es ja, naja Wolfstein ehrlich auch Wolfstein hat halt eine andere Richtung eingeschlagen So ein bisschen Storylastiger nochmal und Ähm Ja, bisschen mehr Fokus auch Doom ist halt einfach nur gespratzelt Doom ist halt einfach nur geil, also Doom ist halt einfach nur Ja straight in your face So, das ist aber auch das geile an Doom Was halt auch so old-school Was ich halt so oldschoolig spiele und trotzdem wieder Ein paar neue Füße mit reinbring, also Optisch halt sowieso Mega awesome mega aus dem und ist einfach vom handling halt präzise und auch nicht damit der finisher und so gebe ich einspruchsvoll ja sogar wenn sie vom höheren schwierigkeit spielt bei dem ja auch deshalb geschützt hat gespielt und zwar habe ich auch ein höchstück schwierigkeit hat bin und zwar beide noch nicht ganz durch aber macht dann schon bock wenn du dann halt wirklich so voll mega vorsichtig vorgehen muss strategisch und so dass noch mal was anderes hat schon was anderes du machst auch voll bock so ist auch geil wenn du einfach nur ein prisch und um holz spieler genieße sehr drauf achten ich kann ja irgendwie so was glaubt ja wo klasse Das war's, das ist der Grenade. Ich habe sie? Die wird aber irgendwie auch so Opa-Dingern sein, oder? Ja. Ich weiß nicht, die anderen sind ja auch irgendwie untergekommen. Ich muss nur Daten. Okay, mal diesen Rucksack. Verwischt, oder? Ja. Nicht so geil gezielt, aber. Du kriegst das von dem Panzer, aber Leute, die Frage, aber... Na, die sind ein bisschen doof, die Deutschen. Unser Glück. Die Deutschen Idioten. We Chabels love, Deutsche Idioten. We Chabels love, Deutsche Idioten. We Chabels love, Le Chabels love, Le Chabels love. Die Karla Kuh mit einer ... Die zwei Achsen hinten. Messer in der Hals. Die USA. Sorry, my Polish isn't very good. Are you fit to drive? Where to? Wherever. Hm. Hm. Hat er sich da drin versteckt, oder was? Und sie gräfen für ihre Todes. Suche römer Sorrow. Ich kann nicht teilnehmen. Ich bin mit Flüttelzeiten. Ich würde mich schrauben. Wenn ich es raus lasse. Es ist 1960. Ja. Du hast mit uns 14 Jahre alt. Es ist 1960. Ich muss eine Art Weg zu finden, um die US-Military zu kontaktieren. Ich muss meine Unität finden, um zu wissen, dass ich bin und bereit bin. Es ist noch mehr. Es ist noch nicht mehr. Es ist noch mehr. Es ist noch mehr. Es ist noch mehr. Es ist noch nicht mehr. Es ist noch nicht mehr. Schau mal diese Nazis, die sich herumschrauben. Sie haben gewonnen. Es ist noch nicht mehr. 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 Was für die US-Military? Und ob er das nicht gefreut hat. In den USA. Was ist das Wort? Was ist das? Ich habe das Wort. Sie verraten. Sie verraten. Denn... Oh! Atom bomb. Sie haben 12 Jahre vorhin, als Nazi atom-bobbt ihre Land. Ja. Dann werde ich die Ressistenz finden. Ich werde sie und sie helfen. Oh nein, nein, nein! Mehr Ressistenz! Jeder wird gefeiert. Wenn sie weg, die Nazis haben. Sie haben sie. Und wer kann sagen, wo sie sie halten? Was? Ja. Ich würde sagen... Ich werde sie selbst auf der Generalstraße. Wissen Sie, wie viel Verlust du bist? Mach mal kurz. Ich werde den Typen nicht verlassen. Ich werde sehr lieb. Ja, das Spiel mache ich dann. Und ihre Familie. Du lässt mich sofort gehen. Du hast meine Worte an diesem. Na ja, klar. Dein Wort kann man bestimmt richtig trauen. Oh yeah! Dann wissen wir, was auf uns zukommt in der nächsten Folge. Alex freut sich schon wie ein Schnitzel. Alright, dann schaltet den ich wieder ein. Wenn es heißt hier, Alex massakriert Nazis mit der Kettelsäge. Wie er grinst, aber ja. Alright, bis dann. Haut rein. Adieu.